So und herzlich willkommen zurück zu Super Mario Browser und wir sind in der Welt, acht und zerstören Julia Browser als hoffentlich gleich. Here we go! Here we go! Here we go! Here we go! Nein! Spassi! Spassi! Was ist das ein Vogel? Ist das ein Vogel, der mich attackiert? Der steht doch auf Mäuse, nicht auf mich! Holy shit! Steht er nicht auf Mäuse eigentlich? Sicher fix, oder? Ich hab's einfach drauf, heute. Here we go! Again! Da kommt jetzt gar nicht der Femischel wieder. Abballieren oder was auch immer. Was will er von mir? Ich bin ein... Komm, 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 komm! Das Allerwichtigste ist weg. Ich hoffe, da kommt was besser. Boah. 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 Hier, ich hab'... Komm, 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 gleich geschafft! Wir haben's so gut wie gleich! Ja, 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 Vogel, leg dich nicht mit Mario an. Pff, konzentrier dich einmal. Es ist nicht mal leicht. Ein Geist, nein, ein Geisterschubler. Oh, passt. Nicht leicht, Leute, nicht lustig, Leute. Gleich. Was ist das? Was ist das? Das ist ein Riese. Eine Riesenkanone. Eine Riesenkanone schon wieder. Das kann es einfach nicht sein. So, komm her, Schwamm. Gut. Mit Leichtigkeit überstanden. Hopp, ja, ja, komm her, nur. Gut, so. Gut. Und jetzt wird es Konzentration an die anderen. Ja. Ja. Geschafft. Thank you tonight. Hu. 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 So, weiter geht's. Here I go. Here I go again. Gott, das ist nervig, Leute, das ist nervig, Leute. Ein nur, Gott, Gott, Gott. Ah, jetzt kommt der Spinge! Spinge! Die, du mein, Wassermoden! Holy shit! Das hab ich auch schon lange gewechselt. Das war knapp. Kommt da was? Fahr mal, wie es so ist? Gut. Komm schon, komm schon! Schnell! Schnell! Schneller! Ja! Ja! Oh, das ging jetzt mit! Super Schritten! Alles genihto! Perfekto! Sammeln! Gut, weiter geht's! Juhu, 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 juhu! Einfach runter! Okay, das war nicht so schwer, dass das nicht mehr erzählen wird. Was ist das? Oh, guck, 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 guck! Oh, rein da! Rein, ja! Rein, das Verschiedene! Jetzt! Ja! Gut! Was hab ich gesagt, Leute? Bleib mir! So, nicht schwer mehr! Jetzt kommt das Leichteste eigentlich. Ich verhau das wahrscheinlich jetzt, ne? Juhu! Geschafft! Thank you tonight! So, jetzt haben wir eigentlich recht gut den Schwung, muss ich sagen. Und jetzt geht's zu Mr. Junior Browser! Ha, 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 ha! Jetzt müssen wir uns konzentrieren. Ich glaub, das wird extrem schwer. Was ist das? Oh, shit! Schnell rauf da! Ich will ja noch nicht sterben. Komm, 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 Schwabe! Gut! So schwer ist das eigentlich auch nicht. Es ist nur konzentrieren. Das ist das Schwierige daran. Konzentration ist da eingeleitet. Konzentration ist da. Hm, schaffen wir das? Mektar! Knochenplatten oder wie du auch heißt. Gut. Jetzt aufpassen. Jetzt wird's gefährlich. Ja, das tun wir jetzt. Jetzt tun wir uns sehr, sehr gut. Sonst wird nicht nur uns so albern, wie wir das mal gemacht haben. Was kommt's? Komm her, komm her! Huah! Einfach dort warten. Oder? Ja, passt. Was? Wie soll ich da jetzt kommen? Ja! Ja, ja! So! Okay, verstehe. Alles leicht! Das geht doch jetzt, oder? Wow! So! Also ich muss sagen, wir tun uns leichter. Enormst leichter. Aber trotzdem dürfen wir es nicht. Bah! Genau das meinte ich. Komm schon, spring, spring! Oh! Dieser Knochenplatten ist im Weg! Gut. Was ist das da? Egal, ich müssen... Rein da! So! Konzentrier dich! Was ist das? Ja, ich weiß schon, was da passiert. Ja, ja! Was? Nein! Der springt jetzt auch noch! Du Scheiße! Konzentrier dich! Ja, ja! Jetzt musst du eigentlich schon längst tot sein! Ah, ja, Mann! Ah, ja! Jetzt ist es nicht mehr so leicht! Komm! Na, oh! Das wird schneller! Das wird schneller ab! Oh! Oh! Ja! 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 Ja, Leute! Thank you tonight! Thank you tonight! Dankeschön! Eigentlich vorbei mit Junior Browser? Nein! Noch immer nicht! Er springt uns wieder davon! Mann! Und wir hätten es fast geschafft! Und hier! Die letzte Burg! Gut! Jetzt kann ich nämlich speichern! Ja! So! Und ich sehe, dass es gar nicht so lange gedauert hat! Nur neun Minuten ungefähr jetzt gerade! Das heißt, wir müssen weiter machen! Na ja! Super! Here we go! Here we go! Weg! Ja ja! Was ist das? Go, 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 go! Es ist mein klein! Geil! Geil und ich heiße! Es ist mein klein! Wie geil! Egal, gehen wir mal und schauen wir uns mal das an. Was ist das da da hier? Ich bin nicht groß, eigentlich. Was ist das? Da ist ein Seestern drinnen, glaube ich. Das lasse ich lieber in Ruhe. Holy shit, da versteckt sich was. Da versteckt sich was. Da versteckt sich was. Wow, konzentrieren sich. Das ist schwer. Wow, ist das ein Aal? Nein, so groß sind die eigentlich Aalen. Oh Gott, da geht es jetzt ran. Das ist schwer. Das ist gar nicht mehr so leicht, wie ich es mir erwarte. Oh, für ein bisschen. Warum? Boah, scheiße. Geh Gas, Mario. Mario wird schneller. Werde schneller. Und es ist noch nicht einmal die Hälfte. Was wird das, Leute? Meine Fresse. Ist er weg? Na, der ist fix noch nicht weg. Der kommt gleich wieder. Ich spüre es. Er ist wieder da. Das Monster ist wieder da. Pfff. Pfff. Ich darf ja nicht sterben. Nein, 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 nein. Jetzt dann nicht doch. Oh mein. Wir haben fast geschafft. Ich will jetzt nicht sterben. Komm, komm. Komm schon. Das ist noch immer nicht vorbei, Leute. Ich bring mich um. Nein. Ja. Wow. Ja. Okay, das war es schon. Das heißt... Nein, nein, nein. Ich tue jetzt lieber nichts riskieren. Ich werde lieber springen. Oh mein Gott, Leute. Es ist schwerer, als ich mir erwartet habe. So. Wir sehen gleich in der Burg wieder. So. Was ist das? Das ist eine Spinne. Eine Spinne. Ich habe noch nie Spinne gemacht, Leute. Leute, ich habe noch nie Spinne gemacht. Ich hasse. Ich habe Angst vor Spinnen. Das meine ich jetzt ernst. Sind das Spinnen? Wenn das Spinnen sind, dann zuck ich aus. Ich vergewaltige sie, diese... Ja. 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 Weg, weg, weg. Gebt gemeinen Spinne. Ihr seid so gemein. Ich habe Angst vor Spinnen, Leute. Leute, ich packe das nicht mehr. Es kann alles in der Welt acht sein, außer Spinnen. Ich würde lieber... Ich würde mich mehr freuen gegen Elefanten oder keine Ahnung was. Aber nicht gegen solche... Aber tepperten Spinnen. Gut, Gruß, das haben wir einmal gewonnen. Eine Blatt. Ich habe Angst vor Spinnen. Ich habe Angst vor Spinnen und ich muss mich... Die Ängste über den Windel... Ja, ein Stern. Komm, nein, 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 nein. Nein. Nein, das ist... Das ist nicht fair. Das ist nicht fair. Das ist es einfach nicht fair, Mann. Das ist es nicht fair. Das müsst ihr mir doch sagen, oder? Ist es fair, gegen Spinnen zu kämpfen? Ich? Ich habe Angst vor Spinnen, Leute. Ich bin kein Spinnen-Fan. Ja, ja. Da freue ich mich mehr auf, Regitz. Ich habe Angst vor Spinnen. Ich schwör's euch. Auch wenn sie nicht real sind, diese Spinnen-Dach. Ich weiß es sogar, dass sie nicht real sind. Aber trotzdem. Ich bin kein Spinnen-Fan. Das ändert sich daran. Gar nichts. Boah. Das ist gemein. Ja. Und jetzt kommt's. Jetzt kommt's alle her. Alle jemaligen Spinnen. Jetzt könnt ihr euch beweisen, dass ihr besser seid als ich. Boah. Schon vorbei. Das war aber nicht lange. Ich bin wieder am Ende gewesen. ich will es schaffen leute ich will es schaffen diesen part ende haben ich will es schnell weg da nein so damit haben wir es wieder mal nicht geschafft und ich würde sagen bis zum nächsten mal und tschüss und es wird das letzte pattern sein und das reicht mir vollkommen ich hoffe es wird das letzte sein bis zum nächsten mal